hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich bin heute wieder auf die jagen nach dem ticket und heute habe ich das spiel west game ich werde das spiel mal starten ich mach voll mit rein muss kurz hochfahren und dann geht es los ich habe auch meinen eigenen account genau suchst du noch was brauchst du was gut und dann machen wir mal hier weiter 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 kann man hier nichts wollen was umsonst ist kostet alles geld 5 euro 5 euro 5 euro 100 euro 5 euro 10 euro 20 euro 50 euro 100 euro ok nichts umsonst ich wollte doch das einlösen drücken dann werden wir mal gucken und über die roten punkte abarbeiten und dann werden wir schnell probieren die dailies von heute fertig zu machen ist das gut oder nicht ich weiß es nicht was ist da drin 10.000 munition für 40.000 holz warte mal das war ach das war holen brauchen wir nicht nachrichten 44 schon lange nicht mehr gespielt ich cf achtung wir sind im stadt das war auch hier über die schmacht und mit das ist doch was nicht verfassen, verfassen ist nicht gut, so was, sofort ansehen und Mülltonne, alle wegschmeißen und Mülltonne, noch zwei Nachrichten, und der letzte, Brüscht, okay, Nachrichten fertig, Allianz, oh, hatte ich nicht eine eigene Allianz gehabt, ärgerlich, egal, dann machen wir es so, wir gehen auf einen Allianz rein, empfohlen, deutsch prüfen, wenn wir diese anfragen, ich möchte keine Allianz haben, wo ich anfragen muss, wenn ich rein gehen möchte, so, 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 wo steht das, dass man, kein, dass man einfach so rein gehen kann, machen wir mal sprache deutsch, da gibt es ja nicht so viel, glaube ich, so, 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 klick 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 klick, da nehmen wir das hier, und hier haben wir noch zwei, passt auch für Holz, perfekt, Steinbruch Gehen wir nämlich weiter hier Forschung war auch nice Na egal 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 So wieder in der Stadt eine Nachricht wieder bekommen Allianz und Gegenstände Mehr Block Ok noch gelesen Passt Dann kommt jetzt Die roten Punkte weg Von denen die roten Punkte Einlösen Oh ich kriege was Subi Das waren jetzt alle roten Punkte Und jetzt würde ich sagen Machen wir uns mal schnell fertig um die Dailies zu Absolvieren Upgrade Gebäude einmal Er sagt das Gebäude Oh Jetzt habe ich bezahlt Na gut Ist auf jeden Fall fertig die Quest Für Forschung Einmal durch Forschung Wirtschaft Zwillig Silber Kein Problem Na mal den ja Oh Das schaff ich gar nicht Das schaff ich nicht Kann ich nicht alle anwählen Ok Noch 10.000 Ach ich habe 2.000 Gold Hier Nehmen wir den Und Forschen Zack Fertig Jetzt Bildtruppe einmal aus Natürlich die stärkste Warte mal Ne Ich brauche Pferde Ausbilden Jetzt müssen wir Infanterie ausbilden Mit einer Pistole Die kämpfen noch da gerade Ach man sie überall Super Dann gehen wir weiter Zur nächsten Quest Ok das war das erst einmal ein Wachstum Also können wir die schon mal nicht mehr machen Einmal Ressourcen sammeln Was sammeln wir Was brauchen wir Wir brauchen Silber 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 wäre nice Silber gibt es aber nicht Schlachterhaus Banditenhaufen Ah hier Ah hier Also wir können Doch können wir Münzstation Gibt es die kleine hier Gibt es die kleine hier Dann nehmen wir doch die Schnellauswahl 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 Und besetzen Elf Minuten und elf Sekunden Elf Minuten und elf Sekunden Gut haben wir das schon mal Greife gesetzlose wilde Oder Tiran Oder Tiran Machen wir Maximale Angriff What? Ich kann nur ein Zuglos schicken Schnellauswahl 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 Hilfe Hilfe Da 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 Quest Oh warte mal der Zug ist da mit Gold Ne nicht mit Gold Äh nicht der Zug Da ist der Zug Stadtsentrum Stadtsentrum Einmal Karten spielen Äh Was ist denn hier los Da Einmal Karten spielen Ok Der König Gratze Tratze Ich hab die verloren Da ist er Mist Nochmal In der Mitte Hä? Was ist denn Hat wieder so angetäuscht mit dem Ach Das hat wieder so angetäuscht mit dem Der müsste hier sein Ach In der Mitte Noch zweimal spielen Ich habe eine Schatztruhe gewollene Bier. Ich bin reich. Ich habe Zucker, ok. Ganz links, naja, war nicht gerade so eine gute Ausbeute gewesen von mir, einmal direkt gewonnen und zweimal erst beim zweiten Versuch. Ach, kommt noch nicht an. Drei Punkte noch. Das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, das können wir nicht machen, heile Truppen können wir auch nicht machen. Öffnet die Heldentruhe. Ok, das können wir machen. Die Wachstumstruhen. Und... Naja, aber wir haben sie geöffnet. Ah, was vergessen. Gut, geht nichts. Da geht auch nichts. Haltung geht, als wenn ich gekämpft habe. Verwende EP. Haben wir sowas noch? Upgrade. Du, 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 du. Entschuldigung. Ähm... Okay, das war das. Du, 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 du. Dann haben wir jetzt noch. Verwende Beschleunigung. Eine Minute Beschleunigung. Eine Minute Beschleunigung. Achso, das war eine Stunde. Ich dachte, scheiße. Voll verpeilt. Wirklich. Gibt's doch nicht. Stefan, was machst du da? Na gut, wir haben die Beschleunigung benutzt. Allianz helfen. Allianz. Programathilfe. Ich. Sechsmal. Hm. Und dann schauen wir nochmal nach unten. Was ist da noch? Spendern die Allianz? Okay. Ich denke, das kann ich machen. Eine Allianzfestung. Okay. Ich muss erst die Allianzfestung bauen. Und wo kommt die denn hin? Hier oder nicht? Nein. Was ist denn da für eine Lupe? Okay. 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 Stadtzentrum muss erst auf sechs sein. Das war die Hellentruhe. Das war die Hellentruhe. Okay. Beschleunigen wir das mal. Eine Stunde und 20 Minuten. Wir haben eine Stunde. Wir haben zwar keine 20 Minuten, aber wir haben einmal die 15 Minuten. und einmal fünf Minuten. Dann warten wir noch mal kurz ein paar Sekunden. Und dann haben wir die gratis. Ah, hier habe ich auch extra für bauen. Egal. Ich habe gerade das genommen. Gut. Wir sind jetzt Stadtzentrum 6. Und so madre war immer wieder, aber ich werde ganz schön. Ich werde das auch noch einmal zumenken. Ich werde die ersten Minuten verbeben, also dass ich dort Video bin. Ich werde das nicht wirklich fast gerne. Ich werde das nicht benutzen. Ich werde das nicht zu weit machen. Eine Schmiede erst upgraden, Bauer im Hof erst upgraden. Egal, das dauert mir alles zu lange. Jetzt muss ich erstmal 1000 Sachen upgraden. Ne, ne, keine Zeit dafür. Ähm, wir haben aber immer noch nicht die Dailys fertig. Hm, das ist so doof. Die sind hier zu so lange weg. Wann kommen die denn wieder? Gebäude, Erforschung, Reiter, VIP-Quest, Marsch, Ach, die sind noch im Weg dahin, das gibt's doch nicht. Umsonst das Geld ausgegeben. Ok Leute, ich würde mal sagen, das war's dann für heute. Leider nicht das geschafft, was ich habe heute. Oh, die sind schon auf den Rückweg. Hm. 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 Und wenn ich noch mal. Ach, kein Gold mehr. Scheiße. Ganz Gold verschwendet. Mensch. Das war's für heute. Ja. Ganz Gold ausgegeben. Ich bin jetzt traurig. Dankeschön fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auf dem nächsten Video dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.